Ja, herzlich willkommen zur zweiten Kampagne, die wir hier in unserem Left 2 Let's Play anspielen werden. Wir sollen es durchspielen werden, anspielen wäre es zu wenig. Da unser Kollege Schopper immer noch beim Harzen ist, sind wir noch zu zweit. Wir haben die Aufnahme nach der ersten Kampagne noch weiterlaufen lassen. Ja, deshalb bin ich auch noch immer noch da, euer Buirka. Und ich, der Mückerich. Ja, und dann fangen wir mal direkt an. Nein, die gab es ja überhaupt noch. Oh, ich nehme mal zurück. Da geht es schon los. Das ist angenehm, da? Bitte. Ich glaube, du weißt, was jetzt angenehm wäre, hier in dem Level. Ich finde es, äh, ja. Ich glaube, ich darf. Ich werde auch noch nicht mehr finden. Ich finde es nicht einer. Ich werde nicht mehr finden. 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 Oh, scheiße. Das ist auch wieder. Die wollte ich jetzt nicht haben. Was ist hier? Entschuldigung. Oh. Wie kommt noch gleich? Ja, das ist wieder ein saubermachendes Griefesfrau, um das zu bescheiden zu nehmen. Ist das hier gesund nicht runterzuspringen? Ich versuche es. Ja. Nichts. Oh! Verdammt! Nein, Gott! Das ist jetzt extrem lustig, ja? Was? Okay. So wär's doch. Ja! Mach das nicht, wenn ich davor stehe. Ach, Gott! Ne, ist nicht so lustig. Oh, oh, oh. So. Stell dich nicht an. Ich muss wieder zugeben, diese Stelle kenne ich auch wieder nicht, ja? Unter der Gruppe. Die Drogen tun das gut. Die Drogen. Ja, das ist so lustig. Oh! Oh! Hier ist irgendwo ein kleines... ...Hu-Machin. Widerlich! Ja! Das. Da? Oh! Ja! 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 Da? Ja! 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 Ist die. Sie! Ja! 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 Ich hab' die Aussicht bei so einem Scheiß aufgerissen. Sehr sozial. Ja man, wie? Ach, Schützchen. Oh, boah, ich dachte... Wir hätten da wieder ein Ding. Naja, das hätte ich dann schon, äh, gesagt. In dem ich schreiend weggelaufen wäre. Alles klar. Achso, einmal kurz genießt. Weiter geht's. Ich höre einen Smoker. Ja, wahrscheinlich gerade Raubkapplausung. Das war, ähm... Nöuu... Ich werde getötet... Oh, nie... Nein... Ich werde getötet... Schrecken. Oho. Das ist definitiv ungesund, wenn man da rein rennt. Ach, die Stelle. Ah ja, hier ist ja auf jeden Fall immer einer, oder? Ja. Meistens, wenn wir in die Mathe sind, ist es dann unsichtbarer noch dazu. Verdammt. Oh, die Hölle. Bereit? Noch nicht, Leute. Lass mal eben hier die... ...besslichen Zombies noch. Ich fang mal an. Hey, ich weiß, wer dich aus dem Weg hat. Ah, jetzt ist es auch mal an sich da. Nein, ich muss keine Wollung haben. Reloadung! Beide euch hier zu rennen. Das war relativ Danke, habe ich auch verstanden. Ich weiß, dass man sich hier nicht hintersetzen kann, also die bedienen kann. Schraube ich ihn jetzt. Ich bin erinnert. Es war das, dass ich ihn nicht mehr Menschen schnau. Ich bin aufgeladen. Ich bin aufgeladen. Mein Gott. Aufgeladen. 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 Pfeiser Pfeiser geht ja gut zur Sache. Danke. Wieso? Was los? Du hast mich doch gerettet. Ich bin da. Um. 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 das ist nicht gesunde du musst ja ich weiß soll ja auch nicht hey a little pick me up dann halte ich mich auch mal kurz wenn das Spiel mir das so nett vor schlecht ja gut ja 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 welches ist das denn die offenbar nicht woher sagen Langenrennen, weil... Warum? Ich hab ja einige Zombies, ja. Ja, schon das erste Level. Geschafft.